Willkommen zurück bei Bastion in der Folge 32. Ich würde gerne die ganzen Tagträume da unten machen, aber es gibt ja noch ein New Game Plus. Ich hoffe es zählt dann mit und mal gucken. New Game Plus werde ich aber nicht mehr ins Spiel mit einbeziehen bzw. es aufnehmen, aber muss man auch nicht. Die ganzen Erfolge, wer uns interessiert, der kann bei mir auf der Steam-Seite gucken, ob ich die im Nachhinein geschafft habe, ne? So, puh. Jetzt kann er mich mal kennenlernen. Ach, warte mal, hier. Nein! Mach später. Fliegen. Er wartet in den Überristen des ausufernden unterirdischen Ura-Gebiets. Hm, einmal. Einmal geht noch. Einmal probiere ich aber. Ein einziges Mal. Und jetzt vernichte ich nicht meine eigenen Dinge, weil ich dachte, das muss ich machen. Was, wenn ich da oben hingehe? Wo geht denn das da hin? Da geht's weiter. Und da ist die Belohnung. Okay. Da sind mal ein paar Materialien und so ein Buch. So eine Geheimfertigkeit. Puh, na gut. Ich weiß ja jetzt, wo ich hinschießen muss. Wunderbar. Ich halte einmal Dauerfeier hier. So, es kommt schon. Ey, hör auf sie hier vorne. Weg da. Böse. Es wird schon böse hier. Weg. Gut, dass immer Dreie getroffen werden. Wenn man gut ist. Wenn man gut ist. Ich stelle mich halt selbst davor. Warte auf, hier anzugreifen. Verdammt. Ich muss auf die hinteren schießen dann immer. Nein, fast meinen eigenen. Verdammt, ich habe meinen eigenen. Verbleibende Windbeutel. Ist ein Windbeutel? Das war einmal böse Welle gerade. Noch eine Welle. Ich hasse Tower Defense. Ist quasi eine Art Tower Defense. Nur, dass ich der Tower bin. Und ich mag das nicht. Hört auf. Nein. Wunderbar. Wie hast du da? Äh. Nicht so viel. Weg da. Nein. Verdammt, ich muss den Turm schon wieder opfern. 19 verbleibend. Und dann mit... Ich sehe es kommen. Alle Schreine müssen überleben. Das wird so eine Qual. Los, kommt alle Rander. Nein. Auf da unten. Nein, ich vernichte meine eigenen Schreine. Nein, hör doch auf. Da. Drei verbleibend. Komm, den da. Den da. Nein. Nein. Gut. Ich brauche bessere Fähigkeiten. Die Aufladung dauert mir ein bisschen zu lange. Lange. Geh. Paff. Wie viele Kristalleichen überhaupt? Reicht das hier ein bisschen was? Na? 107. Überredet. Warte mal. Die dürfen doch jetzt nicht an sein. Ich kann ihn hören. Ich kann ihn nicht mehr zurück. Er ist zu weit weg. Tatsache, ich kann ihn mehr zurück. Aber er wird alles gut. Okay. Ja. Jetzt geht es schwer los. Lauf, wo bist du? Du musst nur diesen Schaden von Zolf bekommen und komm zurück. auf da geht es jetzt richtig lang hier unten nicht und die pakistalle noch sowohl die höhe das nichts mehr damit ach so ein gegner ist es hier ja der sommer näher kommen 40 stück gleich nichts ja mach mal hier damit ich bin ja halt wenn man trank rüber laufen jetzt kommen wir in den letzten kampf was konnte ich mache ich platt oder auch nicht ja noch mehr wir zurück gut dass es wieder heilung liegt die heilung die heilung braucht ihr wahrscheinlich hier oben helfen bewegen sie sich nicht auch jetzt die bewegen die sich das teleporter hallo so er zeige kann die heilung wieder nehmen extra liegen gelassen ich komme gleich dazu die texte zu lesen aber echt nicht turm was acht gift verdammte kack schließend der arzt weg wunderbar besser geht da kommen ach so sind da alles bezieht mehr hin ist da was look around there's not much left to do in the best and have a free why not tell each other story is the pet gesehen kann rumschießen doch haha frechheit los heil mich da noch mehr haha wenn du weg rennst da los tatadadada sowas kommt von sowas ist das richtig lang da oben was dann brauchen wir eigentlich nicht haha und tschüss der tors oder heilig ja hey ist ja gemein bleib auf abstand du bist fernkämpfer was muss ich denn wissen es gibt etwas was ich wissen muss ja was denn ab und zu kann ich die texte doch noch lesen wenn ich gerade in kampf bin kann sogar nicht angreifen verdammt ja jetzt fang die wieder an aquell wissen da kam Krieger aber momentan noch genug Teilung Denn der große muss weg der hat er noch jetzt ist auf dieser umdrehen kurz und weiter schneller drücken Angriffsgeschwindigkeit X rồi Weg! Was passiert mit dem Tod? Das will nicht mehr funktionieren. wir können auch freunde sein oder nicht warum kommt doch schon welche her da was runtergefallen auf damit kann das auch für die heiltränke wieder fallen das tier 1 2 3 diese hinterhalte hier lang tatsache wow speedboot service mit den splitter zu den tatsal stechern zurückgekehrt jetzt rauffallen direkt da tja tschüss leute die hatten wohl nicht lange mitgemacht kann man sagen was es will aber das spiel ist nicht tja betäubt war machst du jetzt ja vergiftet das ist die power der bastion auf so ein bisschen nachladen so was ein hübsch coach k das krieg ich jetzt erst was geht video game plus und diesem ding das ist ausweichen und springen in einem das ist ja mehr als nice wie geht das jetzt erst oh oh au ey es geht uah konter 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 ah zack und weg mit dir wo ist denn der hin da oben ist einer heil mich mal heil mich mal wiu kann ich noch rüberspringen ja tatsache egal so dann gucke ich mich mal hier oben da ist noch einer so und weg mit dir uuuuuh da sind ja zum glück genügend heiltränke fallen heiltränke fallen und tschüss der haut ja ab von von sich aus ja muss der da oben abgehauen da oben ist er fall um ist dein recht umzufallen du darfst umfallen das ist recht dazu mehr als sogar noch das ach da oben sind noch welche tja dann wollen wir mal dem entgegen wirken heiltrank na los betäub dich selber Schaden auf Zeit ist gemein, wa? So, jetzt kann ich ja eigentlich... Wuhu! Gib mir den Trank an. Danke. Und da hinten? Nein. Was kommt da jetzt? Also der Endkampf, der interessiert mich schon. Scheint ja nicht mehr, weil es weg zu sein. Wow, das fällt dir alles zusammen. Na ja, stell dich hier. Wuhu! Du fällst. Mit mir. Ach, ich kann noch rüber springen. Auch nicht schlecht. Weg mit dir. Weg! Schneller Schwert. Ich glaube, wir sind mit Schnitzeln. Nein! Ach doch, ich kann noch rüber springen. Cool. Dafür ist es natürlich nett. Tja, die anderen fallen runter. Ich komme nicht mal zum Lesen. Na, was los? Würdest du nicht agree on? Ha! Selbstvergiftet. Aua. Danke. Cool. Spring. Ausweichen wir zwar nicer. Aber so geht's auch. So, und Skyway! Er war nicht hier. Ich glaube, es gibt nichts mehr zu sagen. Oder jetzt geht's richtig zum Kampf. Arena. Lass mich auf. Und wenn die da so viel aus? Los, greif an. Na? Und vorbei. Ach, wann? Doch, jetzt. Ah, wer bin ich schuldig? Schau. Es ist etwas anderes. Eine Gefahr. Oder was willst du mir sagen? Los, rede, Mann. Alter Mann. Na? Warum weiß ich so viel über die Bastion? Uah, er fällt. Kann der Verschwindibus machen? Kann der zaubern? Guck mal, ich kann zaubern. Ich kann nicht verschwinden lassen. Cool, wa? Und weg ist er. Ihr wollt mir doch noch irgendwas gestehen, hat er gerade gesagt. Soll er mal ruhig machen. Was hat er irgendwo auf? Und ich komme die gerade nicht mit. Weil ich kaum lesen kann. Na, komm rüber. Tja, tut mir leid. Es ist ein Problem mit dem Ort, der Dinge zurücklässt. Zu einer vergangenen Zeit. Du kannst ihn nicht testen. Man kann sie nicht testen, ja. Bevor er jetzt weiterredet, ich mach mal hier einen kurzen Schnitt. Wir sehen uns gleich in der nächsten Folge wieder. Es sei denn, die nächste Folge geht nicht so lange. Dann packe ich die ran. Aber ich vermute schon, weil der Endkampf kam noch gar nicht. Also, wir sehen uns gleich in der nächsten Folge. Oder dann, wenn sie rauskommt halt. Bis dann! Und dann, wenn sie rauskommt. Untertitelung des ZDF, 2020